An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seine Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest, ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020